Der ORF Niederösterreich Sporttipp. In der 12. Runde der österreichischen Bundesliga treffen am 24. Oktober um 16 Uhr der SC Magna Wiener Neustadt und Rapid Wien aufeinander. Der Rekordmeister aus Wien spielt gegen Niederösterreichs Spitzenklub. Radio Niederösterreich berichtet vorab am 23. Oktober und live am 24. Oktober im Radioclub ab 16 Uhr.